So, hier ist unser Fahrraddruck zurück. Wir sind so 14 Meilen auf dem Schrank hinher gefahren. Es ist ganz cool mit Fahrrädern. Der Nervgeschreiter gibt es nicht Fahrräder im Fahrradwege. Es gibt ein bisschen was zu essen. Wir sind mit dem Barbaratschrimp. Und es sieht so aus. Ganz viel Schrimps. Und noch ein paar mehr Schrimps. Und für einen reiner noch einen Schrimpssalat mit ganz viel Grillzeug.